Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu O-News, präsentiert von DevShop. O-News ist euer Podcast-Format von O-Schuhen am Freitagmorgen mit allen Infos zu den wichtigsten Sneaker- und Streetwear-Releases der Woche und im Rückblick auf die vergangenen sieben Tage. Mein Name ist Amadeus Thüner und ich habe für euch die wichtigsten Infos der aktuellen Spielzeit. Wir starten mit der vergangenen Woche. Folgende Releases gab es. Adidas Adimatic Orange Stripes, Adidas Yeezy 500 Granit, Adidas Yeezy Slides, Reebok Club C und Question Mid mit Tyrell Winston, Kangaroos Coil R2 Definition of Diversity, Beast in Bull Club Collection, Luigi von Root mit Zara, Supreme mit Roy DeCarava und Supreme mit Doc Martens. Kommen wir zur nächsten Woche. Was gibt's heute, morgen und in den nächsten sieben Tagen an Releases? Let's check! Joe Fresh Goods gehört neben Emé Leondor, Jaunt und Casablanca Paris zu den aktuell beliebtesten und aktivsten Collabo-Partnern von New Balance. Heute erscheint die gemeinsame Arbeit auf dem neuerlichen Hybriden, dem New Balance 9060. Der Penny Cookie Pink gehört zum Inside Voices Pack und wird im Colorway seiner Story mehr als gerecht. Flankiert wird der Drop von einem hellblauen und JG-exklusiven Baby Shower Blue sowie einer Capsule Collection mit einer herausstechend großartigen Varsity Jacket. Your Favorite Instagram Mood Page, Hidden NY, macht den Jaunt und wird erstmalig auf einem Sneaker arbeiten. Heute erscheint ihre Colab mit Salomon auf dem allseits beliebten XT4. Das Upper kommt dabei in beige und weiß, abgerundet wird die kontemporäre Stilistik mit grünem Lining und Logo auf der Ferse. Berlin war schwarz-grau, Paris ist gelb und London Bordeaux. So erscheinen heute die beiden Air Force One mit aus der City-Serie und kompletieren das Set vorerst auf drei Städte. Klott geht auf einem Air Jordan 5 Low und das am heutigen Freitag. Colorway Anthrazit mit Details in Rot, Silber und einer im Dunkeln leuchtenden Außensohle. Außerdem erscheint heute die Capsule Collection zwischen Pleasures und der legendären Rockband Weezer. White and Black aka Military Black, das ist der Air Jordan 4, der am Samstag im Kalender steht. Und so wie euer Feedback bei uns auf Instagram dazu war, wird das für viele der Schuh des Monats. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Happy Grey Day. Morgen erscheinen ein 327, ein 547 und ein XC72 im Rahmen des diesjährigen New Balance Grey Day. Dem Tag, an dem New Balance ihre OG-Farbe Grau und die Welt New Balance zelebriert. WissenhörerInnen unseres Podcasts aber spätestens seit unserer Episode im letzten Jahr zum Grey Day an. Sonst empfehle ich ganz nonchalant das Nachhören dieser Episode. Den Fade Carbon Yeezy 700 V3 gibt es ebenfalls morgen zu kaufen. Kostenpunkt 210 Euro. Nachdem zuletzt der Low mit grünen Akzenten erschien, kommt morgen der High mit goldenen Details und somit der zweite Release aus der Kollaboration zwischen Adidas und Retailer Biesten. Thema bleibt weiterhin natürlich Basketball. Und so huldigt der Schuh dem 75-jährigen Jubiläum des kroatischen Basketballclubs Kaka Split aka Jugo Plastika. Außerdem erscheint heute die Collab zwischen Vance und Brand Imran Potato auf dem Skate High sowie dem New School. Echo the Past, Refine the Future heißt es dann am Montag, wenn New Balance zwei weitere Colorways, Grau und Dunkelblau, ihres nie sogenannten Protection Packs auf dem 2002 airdroppt. Dienstag gibt es dann eine Collab zwischen Converse und den Peanuts auf dem Chuck 70 High und dem One Star OX und bisher ohne finales Release Date, aber mit einem ziemlich großen Wahrscheinlich für irgendwann nächste Woche versehen, der Nike SB Dunk Low mit Gnar Hunters von Pro Skaterin Elissa Steamer. Augen auf. Kommen wir zum Fave Cop der Woche. Da sage ich New Balance 9060 von und mit Joe Freshgoods. Sehr stark. In other news. Werbung. Checkt www.dev-shop.com für die neuesten Sneaker und Streetwear Pieces. Aktuell mit Frühlingsdeals und fetten Rabatten. Auschecken. Werbung Ende. First Look. Neun Modelle kommen also in den Verkauf. Nachdem nun viele Wochen gemutmaßt wurde, was aus der Air Force One Louis Vuitton Colab von Virgil Ablo passieren wird und ob jenseits von Freunden und Familien und Versteigerung überhaupt jemand seine Finger und Füße an die Styles bekommen würde, ist jetzt klar, ja. Vorausgesetzt man hat Glück, noch mehr Glück und noch mehr Geld. Denn die Preise liegen zwischen 2000 und 2500 Euro und bedient werden aller Voraussicht nach nur Leute, die eh schon auf diesen ominösen Customer-Listen von LV stehen. Wer das Glück und Geld nicht haben sollte, aber eventuell nur New York ist, ab heute kann man sich alle 47 Editionen in New York City's Greenpoint Terminal Warehouse anschauen. Nachdem wir in der letzten Woche bereits über einen möglichen Release der Air Max One und Air Trainer One Packs von und mit Nike und Travis Scott berichtet hatten, scheint nun auch der nächste Air Jordan One ein Release Date zu haben. Konkret soll nun der 21. Juli für den Reverse Mocker Low im Raum stehen. Ob es dabei bleibt, wird sich in den nächsten Wochen abzeichnen. Noch kurz zum Air Jordan One High. Der wird zeitnah im Black-Toe-Color-Blocking die Farben Braun und Schwarz erhalten und aus Canvas sein und auch der grelle Volt-Colorway scheint nicht mehr weit. Drake und sein Nocta Hotstep Air Terra ist sicherlich ein streitbarer Schuh, aber nicht wenigen Gefiel, was Drizzy da mit dem Suge veranstaltet hat. Nicht verwunderlich also, dass man nun zeitnah in eine dritte und vierte Runde gehen wird. Auf dem Plan einmal komplett lila, einmal schwarz und gold. Coming soon. Nach Off-White, Union und Armour Manier, wobei der ja nochmal verschoben wurde, folgt J Balvin mit einem Air Jordan 2. Der High wird dabei hellblau und kriegt ein bisschen Himmel und ein Smiley auf die Ferse. Ach ja, Glow in the Dark ist der Schuh ebenfalls. Wann genau die Colab zwischen der Jordan-Brand und dem Musiker erscheint, ist noch nicht final bestätigt. Letzte Woche noch über die Ente gesprochen, haben die koreanische Brand Casina und Nike nun einen weiteren Colorway ihrer Air Max One Colab geleakt. Diese wird dunkelblau und grau und bildet mit dem dunkelblau und orange des anderen Air Max One ein durchaus schickes Package. Die Info, ob es bei den zwei Styles bleibt und wann die Veröffentlichung stattfindet, steht noch aus. Und auch die anstehende Colab zwischen Sakai und Nike auf dem Cortez hat einen weiteren Colorway bekommen und der ist grau. Warum es Nike nicht geschafft hat, so wie sonst ihren neuen Air Max zum Air Max Day im März vorzustellen, das mag man nur mutmaßen können. Nun scheint klar, dass der Scorpion-getaufte Flynet-Upper-Meets-Vapor-Max-Sole-Meets-Zukunft aber wohl im September kommen wird. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Apropos Timing, New Balance hat, stand jetzt, den Release des Teddy Santus 99 V-Packs auf den 23. Juni verschoben. Jacques Mues und Nike machen gemeinsame Sache und das bereits Ende Juni. Aktuell, für den 28. angekündigt, soll es eine aus 15 Teilen bestehende Frauen-Kollektion geben, die den Stil der französischen Luxus-Brand mit Nikes Sport-Ästhetik verschmelzen will. Wir sind gespannt. DTLR, aka Downtown Locker Room oder auch Dare to Live Right, ist ein Retailer aus den USA und der nächste Kollaborationspartner von New Balance. Gemeinsam hat man auf einem 99 V3 gearbeitet und ihn Miami Drive genannt. Mag am Pastelling Pink, Türkis und Orange liegen, welches sich über den ansonsten grauen Abhaar und die Sohle zieht. Als Release Date steht aktuell der 27. Mai im Raum. Und die hiphop.de News der Woche wagt einen kleinen Throwback ins Jahr 2012. Wer wissen möchte, was 2012, also vor 10 Jahren, angesagt war und wer damals noch als Newcomer galt, checkt die ganze News wie immer auf www.hiphop.de. Last but not least. Sonntag erscheint die 106. Episode von O'Shoone und in dieser haben wir die fünfte Ausgabe unserer legendären und gern gehörten Cop-or-Drop-Reihe für euch. Gemeinsam checken Simon, Fabs und ich einige der aktuellen sowie anstehenden Releases aus und geben unsere 5 Cent zur Diskussion. Das wird ein Spaß. Diesen Sonntag, 12 Uhr, einschalten. Und der Shoutout in dieser Woche geht an das OMR Festival in Hamburg und ihre starke Einbindung des Themas Hip-Hop. Dazu hat Simon in der nächsten Episode übrigens ein bisschen was zu erzählen. Nächstes Jahr dann noch mehr Sneaker und Streetwear, würde ich sagen. Ruft an, Nummer hattet ihr euch schon besorgt. Das waren die O-News für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt den O-News und den O-Schum-Podcast kostenlos bei allen Streaming-Diensten hören und überall dort auch folgen. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram. Gut gehen lassen und bis zum nächsten Mal. Sachen Sachen 5 Sachen 6 Bis zum nächsten Mal.